So ihr schönen Menschen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Wolfenstein aus dem Jahre 2009 und wir befinden uns hier im Nazi-Krankenhaus. Die Krankenschwestern wurden von einem sogenannten Attentäter getötet, die werden wir gleich noch sehen. Anscheinend sind die kybernetischen Implantate und die mentale Konditionierung mehr als der menschliche Verstand aushält. Ich glaube alle Attentäter sind mental labil. Unsinn. Sie müssen sich nur an ihre verbesserten Fähigkeiten gewöhnen. Oh shit. Nazi-Ärzte? Aufhören! 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 So! Was ist schlimmer als ein gewöhnlicher Arzt? Richtig, ein Nazi-Doktor. Und was ist schlimmer als ein Nazi-Doktor? Richtig, ein Nazi-Zahnarzt. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Nazi-Zahnarzt. Gut, hier ist nichts drin, wie immer eben. Bam! Bitte, bringen Sie uns nicht um! Ah, ich weiß nicht. Was macht die hier für eine kranke Scheiße mit den armen Menschen? Alles klar, wir erlösen den hier mal von seinem Elend. Und wir sollten dich töten. Und die Dokumente nehmen wir auch noch mit. Das aktuelle Testsubjekt hat den Transplantationsprozess erst zu einem Drittel hinter sich und es zeigen sich bereits schwere Herzrhythmusstörungen. Ich erwarte nicht, dass er viel länger überlebt. Das ist höchst beunruhigend. Wir brauchen dringend Testsubjekte in besserer Verfassung. Ich werde diese Sache mit dem Wolfskommando besprechen. Tja, was die hier für eine Forschung treiben. Egal, sein Gesicht haben wir so sehr zerschossen, dass ihn niemand mehr erkennen kann. Man kann ihn also nicht reanimieren. Und er kann sein böses Treiben weiterspielen, was ich extrem cool finde. Man kann die Feuerwehr-Axt hier einfach mitnehmen. So was hat schon irgendwie Stil. Man sieht es, man will es, man nimmt es sich. Komm, einmal könnte doch hier was drin sein. Einmal. Oh. Ja, Gold unter einem Stein. Ach nee, ist eine Bettpfanne. Okay, igitt. Aber naja. Gold stinkt nicht. Naja, ich würde dir gerne helfen, Kumpel, aber du bist da drin und ich bin hier draußen und deswegen kann ich relativ wenig tun. Bitte helfen Sie uns. Riket, was ist hier drin? Es will uns alle um... Die Attentäter, richtig mies. Was haben wir hier Schönes drin? Ein wenig Gold. Jewish Gold. Dokumente. Ah, hier drüben. Es war schlimm genug, dass Sie unser Krankenhaus gestürmt und übernommen haben, aber nun höre ich, dass Sie Patienten aus Ihren Zimmern entführen. Was genau tun Sie mit Ihnen, Wacher? Wenn es irgendetwas mit dem Projekt zu tun hat, an dem Sie in den unteren Ebenen arbeiten, werde ich Ihre Vorgesetzten kontaktieren. Ich werde nicht zulassen, dass Sie das Leben meiner Patienten im Krankenhaus gefährden. So sieht es aus. Ja, die armen Menschen. Eine Wache patrouilliert hier auf den Gang, die arme Wache. Ich will gar nicht wissen, wie der den Job bekommen hat. Wahrscheinlich Strohhalme ziehen. Oh, scheiße. Zwillinge. Absolut identisch. Liegen beide sogar identisch da. Tja, die wurden ganz schön abgemetzelt. Er kennt meinen Namen. Welch Ehre, oder? Na, wie geht's? Es ist hier nicht sicher, mein Freund. Die Wölfe halten uns als Testsubjekte und machen furchtbare Experimente. Und jetzt läuft hier irgend so ein grässliches Monster herum. Äh, willst du wirklich? Gut, gut. Mach das. Geh alleine. Bleib nicht bei BJ Blazkowicz, dem Mann mit dem Beil in der Hand. Wer hat hier einen Koffer voller Gold? Ich meine, wir sind in einem Krankenhaus. In einem, ja, Untersuchungszimmer. Und hier liegt ein Koffer voller Gold. Merkwürdig, oder? Sehr, sehr merkwürdig. Oh, da war wirklich mal was drin. Zum ersten Mal war da mal was drin. Premiere. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Zweimal was in so einem Spind gefunden. Ist mir ja noch nie passiert. Und ihr da draußen dachtet, ich sei verrückt, weil ich die Dinger immer alle öffne. Ich hab's euch ja gesagt. Irgendwann werde ich darin was finden. Ma'am, durchhalten. Drei Sachen. Wahnsinn. Damit hat es sich gelohnt, immer wieder die Dinger... Oh, es waren Drillinge. Es waren Drillinge. Die sieht genauso aus. Es hat sich gelohnt, immer wieder die Dinger hier zu öffnen. Jetzt wird's ein bisschen unheimlich. Kommt, wirklich jetzt? So viel Gold in den Spinden drin. Finde ich gut. Kumpel, reden. Oder du hier, auch nicht. Gott sei Dank. Sie haben uns das Leben gerettet. Danke. Danke. Bekomme ich eine Belohnung? Nein. Schade. Der hat sich angehört wie so ein elektronisches Äffchen. Jede Menge Bettpfann. Heilige Scheiße. Hier explodiert alles, wenn ich die Zeitlupe aktiviere. Moment, Energie So Okay, warte, jetzt kann ich hier durch Gibt es hier noch irgendwas Sehenswertes Nochmal hier rein Hier waren wir nämlich noch nicht drin Kumpel, du kannst gehen Aber du kannst gehen, renn doch weg Alter, ist doch viel besser Na dann eben nicht Ich wollte nur dein Leben retten Aber jetzt kannst du mich mal Oh, ich liebe diese It-Shooter Kennt jemand das Spiel Singularity? Ist eigentlich auch ein geiles Spiel Hätte ich auch irgendwie mal wieder Bock drauf Hat auch eine richtig geile Story Yes, Baby Wie? Zehn Von 23 Bam Volle Kanne hier auf den Deckel gegeben Kumpel, du brauchst was ganz anderes Unterdrückungsfeuer wird dir hier nicht besonders weit helfen Ah, warte mal Hier drüben Ist noch ein Büro Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn bitte schön da drüben hin? Ah, hier ist nichts Ich habe so wenig Munition für die Waffe hier Aber ich sage ja, die hier wird man am meisten spielen Weil die ist wirklich echt gut Also die ist richtig, richtig gut So kommen wir hin Die Kreatur, die das Krankenhaus angesucht hat Wurde von den Wölfen erschaffen Sie machen... Komm schon Komm schon Also das Äffchen hätte ich definitiv getroffen Gold Dokumente wären mir aber ein bisschen lieber Keine Dokumente hier drin? Moment, noch ganz schnell hier drüben hin Nee, hier ist auch nichts Mann, das sieht hier aus Aber das Blut erinnert mich immer extrem an Doom 3 Weil diese Blutspur hier Die sieht wirklich in Doom 3H genauso aus Bist du ein Wichser? Pickst mich hier von hinten Alter, was für ein Wichser Sticht mich hier von hinten ab Wohin gehst du? Zu deiner Mom Was für ein Wichser Die Kreatur, die das Krankenhaus angesucht hat Wurde von den Wölfen erschaffen Ah ja, verpiss dich Hört sich so ein bisschen an wie Bane Wohin gehst du? Mr. Blazkowicz Man So, was machst du jetzt? Du kannst nicht hören, was du nicht siehst Oh doch Guck mal, da hinten rennt er rum What? Wie viele rennen hier rum? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Yes Den Bastard hier habe ich erledigt Niemand piekst mich an Und überlebt das Ganze Das war eine Multiplayer-Karte Oder ist eine Multiplayer-Karte Ich weiß gar nicht, ob das jemand noch in Mehrspieler spielt Ich habe das früher sehr gerne auf der Xbox 360 in Mehrspieler gespielt War ein richtig gutes Spiel Richtig guter Multiplayer-Shooter Sag mal, wo willst du denn hin? Ach 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 Guck mal an Interessant Interessant Tada Sehr interessant Kam der hier raus? Oder habe ich das Ding einfach nur übersehen? So Geheimer Raum Da schauen wir uns doch gerne um Dokument Das Testsubjekt hat den Transplantationsprozess überlebt Und wird nun zur Prägung in eine Isolierkammer gebracht Anscheinend war dieses Individuum ein Mitglied des Widerstands Das würde erklären, warum er in so ausgezeichneter mentaler und physischer Verfassung war Vielleicht sollten alle zukünftigen Ungesehen-Kandidaten aus den Reihen der Widerstandskämpfer geholt werden Ungesehen-Kandidaten Ungesehen-Kandidaten Autsch Ach, da müssen wir sogar hin Da müssen wir sogar hin Dann muss ich aber ganz schnell nochmal nach oben gehen Denn ich will ganz gerne wissen, was da oben noch wartet Ach, der hat hier die Tür geöffnet Jetzt verstehe ich das Ganze Ja, das ergibt schon irgendwie Sinn Okay, wir gehen nochmal ganz schnell nach oben Drehen da eine Runde Und hier geht es wirklich nicht weiter Aber ich weiß, das Krankenhaus war eine Karte im Multiplayer Den habe ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne gespielt Der war richtig gut, der Multiplayer Ja, Tatsache, hier oben geht es wirklich nirgendwo mehr hin Ja, schon wieder ewig lange her, wo ich das gespielt habe Sechs Jahre Ja, den Multiplayer habe ich ungefähr so ein Jahr lang gespielt Hatte auch so eine kleine Fanbase Also haben wirklich regelmäßig Leute gespielt Irgendwann kannte ich auch die meisten Leute War ganz nett So Und jetzt hier durch Und schwupps Ja, das sind unsere Leute Oh, scheiße, Mann Warte hier drüben Noch hin Hab's gewusst Hab's gewusst Also Streitwolf Dieses Portal, das wir an der Ausgrabungsstiftung gefunden haben Was tut es? Ich weiß es nicht Aber die Testsubjekte, die hindurchgehen Sterben entweder oder mutieren zu Bestien Was geschieht mit den Kreaturen? Wir bilden sie aus, um in der Streitmacht der Wölfe zu kämpfen Gute Idee, ha? Echt? Wirklich? Oh, verflucht Ah, warte Wow, wow, wow Die Granate war genau hinter mir Schild Partikelkanone Rettet mir den Poppes Einfach die beste Waffe So, ich hab keine Energie mehr Alles gegeben Der Schild war angebracht Das sprayen wir durch Genau das hier war die Location Von der Multiplayer-Karte Die hat so Bock gemacht Aber besonders geil war die Karte mit den Dächern Das waren so zwei Dächer Mit Büros Und man musste halt Irgendein Objekt klauen Und eine Flacke hissen War richtig gut Wow Hat der eine Shotgun? Ne Ah, so eine Shotgun würde jetzt geil kommen Yes Gold Baby, baby Gold Ich will noch mehr Gold Und keine Kopfhörer Oder Besenstiele Moment Hier drüben ist noch ein Spind Aber der geht nicht Aber Energie Energie brauche ich Oh, das Krankenhaus Das war so eine gute Karte Allgemein der Multiplayer War schon immer gut Von Wolfenstein Aber auch der hier Vom 2009 Da fand ich sehr gut Hab das sehr viel gespielt Aber da spielt wahrscheinlich keiner mehr Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen Aber andererseits Ich habe auch letztens erst wieder Naja, letztens Das ist auch schon wieder ein Jahr her Hab ich Red Faction 1 gespielt Auf dem PC im Multiplayer Das haben noch richtig viele gespielt Also da war ich wirklich Absolut überrascht Dass das noch Leute spielen So Komm schon Komm schon Mist Nachladen Aber die Stellung wurde zerstört Gib mir den Stuff Die Nazis immer mit ihren Granaten Ja, Red Faction 1 Habe ich auf dem PC Im Multiplayer gespielt Gab es ein paar Server Und das Spiel hat wirklich Noch so eine kleine Community War ich sehr überrascht Aufgrund eines Sonderprojekts Welches in den unteren Ebenen Dieser Einrichtung durchgeführt wird Übernehme ich die volle Kontrolle Über die Krankenhaussicherheit Seien sie gewarnt Unbefugtes Personal Darf diesen Bereich Unter keinen Umständen betreten Außerdem haben die Patienten Zu jeder Zeit In ihren Zimmern zu bleiben Jegliche Patienten Die in den Gängen herumlaufen Werden schwerstens bestraft Erschossen bedeutet das Einfach erschossen Keine Fragen stellen Schießen Ja, Red Faction So ein geiles Spiel Besonders der erste Teil Einfach nur Bombe War damals auch Eines meiner ersten Playstation 3 Spiele Ne, Playstation 2 Sorry Ist ja noch viel, viel langer her Wow Fucker Oh nein, 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 nein Oh, die sind so bitter Die Jungs Shit, ich brauche unbedingt Ein wenig Energie Energie, Energie, Energie Haben wir hier irgendwo Energie Ich muss im Schleier sein Sonst kann ich die Jungs nicht töten Shit, wo gibt's denn hier Schleier Energie Partikel-Kanone und Snipper. Snipper. Oh, hier ist ja auch noch einer am MG. Komm schon! Gibt es nicht. Gibt es... Wow, 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 wow. Alles klar, Partikel-Kanone. Wo ist der Kollege? Na komm her! Trau dich! So. Das Baby hier hilft wirklich gegen alles. Attentäter und auch die Leute aus der Matrix. Nazis aus der Matrix. Ah, sind das hier Dokumente? Nee. Auch nichts drin. Was höre ich hier? Was ist das? Hört sich an wie so eine Energiequelle. Gut, hier geht's durch. Kontrollpunkt. Gott sei Dank. Jungs! No, 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 no. Schwanz weggeschossen. Schwanz weggeschossen. Der gute alte Schwanzschuss. Finger weggeschossen. Finger weggeschossen. Die Waffen sind so geil in dem Spiel. Ja, so Spiele werden gar nicht mehr hergestellt. Sind wie schade. Ey. Ey. Uncool. Wow. What the? Was zur Hölle? Ernsthaft? Es wurde ein Spiel ungeweldet. Weil sich Kontakt eliminieren. Ich habe den Amerikaner gefunden. So, die anderen kommen hier durch. Einmal. Ja, komm schon. Zeig dich. Alles klar. Sehr gut. Ja, aber von wo kam der? Der war auf einmal hinter mir. Irgendwo unten stand ja noch einer. Das war der wahrscheinlich. Der ist hochgerannt. Okay, komm hier hoch. Alles schön zu mir. Jetzt gehe ich nochmal hier hin. Na, diesmal kommt der irgendwie nicht. Aus irgendeinem Grund. Alles klar. Erledigt. Kein Wolfenstein ohne Krankenhaus. Von hinten. Niklas von hinten. Der alte Holländer. Witzig, oder? Wow, 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 wow. Uncool, uncool, uncool. So, wir piksen sie zu Tode. Autsch. Oh, shit, 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 shit. Ich übertreib's wieder. Ich habe fast keine Munition mehr für das Baby, was sehr, sehr schade ist. Ja, die Nazis machen aber auch immer mehr Schaden mittlerweile. Gut, wir nehmen wieder die MP40. Allrounder. Immer eine gute Wahl. Ich wollte mich eigentlich da oben noch ein bisschen umsehen. Oh, ein Dokument. Oh, nein, 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 ich will doch lesen. Nun, da die Experimente am Portal begonnen haben, wird das Sicherheitsprotokoll strengstens befolgt. Alle Kontrollpunkte haben jederzeit voll besetzt zu sein und Unbefugte, die sich im Testgebiet aufhalten, werden sofort erschossen. Dieses Projekt steht unter der Beobachtung der wachsamen Augen im Hauptquartier. Ein Bruch der Sicherheit wird nicht toleriert. Jetzt wird's schwierig. Und raus, 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 BJ. Sehr gut. Gut gelöst, gut gelöst. Friss das. Habe ich ihn erledigt? Yes. Denn die Matrix-Nazis können die Sniffer beschwören. Sniffer. Gut, okay, hier oben waren wir, glaube ich, gründlich genug. Alles mitgenommen, was wir mitnehmen müssen. Ah, warte mal. Energie kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Sollte man schon voll tanken, wenn man die Chance hat. Alles klar, hier ist nix. Hier hinten ist auch nix. Nö, nö. Das Beil lassen wir liegen, ist unnötig. Aber hier vielleicht Munition, sehr gut. Ah, verdammt. Verdammt, keine Fähigkeiten, wie ich die Dinger liebe. Lass doch die Granate, meine Güte, so ein enger Raum. Oh, cool. Sechs von sechs. Wie erwartet hat die Verwendung der Schwarze Sonne-Kristalle die Überlebenschancen der Kandidaten für Operation ungesehen enorm gesteigert. Leider ergab sich eine Reihe von psychologischen Nebenwirkungen wie Paranoia und Schizophrenie. Aber diese Probleme sind zu bewältigen und ich sehe keinen Grund, warum die ungesehenen Soldaten nicht sofort mit Feldversuchen beginnen sollten. Ja, immer sehr optimistisch. So sind sie, die Deutschen. Wow. Wow, wow, wow. Super Soldaten in ihrer schlimmsten Form. So, warte mal, warte mal. Gold. Einen kleinen Blick auf die Bank. Irgendwo hier noch ein bisschen Gold. Wir sehen richtig übel aus, die Jungs. Gut. Shit. Nicht gut. Gar nicht gut. Extrem lange Leiter. Irgendwo hier ist wieder so ein Blockierer. Nehmen Sie was Sie wollen, aber bringen Sie mich nicht um. Mal schauen. Yes, Baby. Yes. Fuck you. Ah, ist das mies. Das ist so schwul. Die Typen sind so dreckig. Wisst ihr was? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Mir mal danke fürs Zusehen. Und vergesst nicht, Bewertung dalassen. Kommentar schreiben. Seidartig. Tschüss. Danke fürs. Ciao.